Das dürft ihr jetzt vollkommen selber entscheiden. Wir haben es euch dieses Mal ein bisschen einfacher gemacht. Beim letzten Mal hat uns das ja ein bisschen überrollt, dass ihr da so viele Fotos geschickt habt. Aber wir haben aber natürlich auch, gleiches Recht für alle, ein ähnliches Bild auch von Silvio gefunden. Und zwar dieses. Auch hier gerne einen Screenshot machen und es gerne hinsetzen, wo auch immer ihr wollt. Gerne benutzen und dann in der Story posten, am besten bei Instagram. Hashtag DHB Throwback oder in die Kommentare posten, sodass es uns erreicht. Wir freuen uns sehr und schauen nach dem Spiel mal, was ihr uns da so zusammengebastelt habt. Wir haben übrigens schon ein erstes Bild bekommen aus der Photoshop Challenge. Das möchte ich mal kurz rausheben. Das finde ich schon sehr geil. Das zeigen wir mal ganz kurz. Silvio, du könntest dir mal sagen, ob das realistisch wäre. Kann man schon machen, oder? Ja, das ist nicht so verkehrt. Also wenn man Eis runter schmeißt. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn er erstmal runterfällt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das schon eingeatmet, bevor das überhaupt raus ist aus der Übergabe. So, Fotomontage bei der Photoshop Challenge. Die sind jetzt, glaube ich, bunt gemischt. Sehr geil. Jannik Kohlmacher im Weltraum. Da hättest du auch mal Bock drauf, oder? Das ist auch sehr schön. Das würde ich gerne mal ausprobieren, ob das so funktioniert, Heine. Na gut, sieht ja aus, als hätte er einen Bilderrahmen von dir in der Hand. Das finde ich sehr geil. Boah, also das könnte tatsächlich, also wenn man sich das als Bewegung vorstellt, das könnte tatsächlich schmerzhaft werden, oder Silvio? Ich sehe nur die Hälfte, ehrlich gesagt. Ah, okay, also das sieht so aus. Ich gucke mir das im Nachgang. Ich gucke mir das im Nachgang noch mal. Das sieht so aus, als würdest du Jannik Kohlmacher fangen, der vom 3-Meter-Brett gesprungen ist. Ja, das ist schon rückwärts Kohlmacher. Lächerlich. Lächerlich. Ach so, ah, okay. Jannik sagt, es sieht so aus, als würde er kraulen. Stimmt, macht aus. Also rückwärts, ja. Und Heine kniet auf dem Sprungbrett, weil er Angst hat. Was haben wir noch? Das ist schon sehr geil. Das ist schon ein bisschen mein Favorit. Dann haben wir... Sehr schön. Okay, das Nächste. Oh, das hat was von Gladiator. Ich bin von uns gegangen, ja. Das hat was... Ach so, gut, ja. So kann man es auch sehen. Das hat was von Gladiator. Oh, sieht so dein Bett aus zu Hause ungefähr. Ja, ich glaube, mein Bett ist größer. Noch größer. Ist auch sehr geil. Okay, Nächste. Das ist übrigens das Originalbild von letzter Woche. Pekela und Böhmi. Auch schön, dass wir das nochmal aufgreifen konnten. Kannst du ein Salto vom... Vom 1-Meter-Brett, ja. Vom 3-Meter. Boah, das tut doch weh, wenn der da auf den Bauch klatscht. Sollte ja im Normalfall nicht bestehen. Wiener Opernball. War da mal einer von euch? Nee, oder? Heine ist so ein Kunst... Warst du da mal? Also, also... Nee, 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 nee. Aber Wiener Walzer kriege ich noch vielleicht hin. Ah. Vielleicht. Ich habe auch mal... Tantschuh habe ich es auch mal ausprobiert. Ja. Okay. Nächste. Das war's. Wunderbar. Voll geil. Voll geil.